Road to Tokyo. Die deutschen Karateker auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Karate ist für mich mein Leben. Karate hat bei mir eigentlich immer die erste Priorität. Für mich ist die ganze Philosophie, die dahinter steckt, einfach das Leben. Der erste Schritt, die Weltmeisterschaft in Madrid. Wenn ich antrete, dann will ich gewinnen. Für den Traum von Olympia. Ich werde alles geben, um da teilnehmen zu können. Geil. Dann gucken wir, dass wir in Tokio 2020 zusammen eine Medaille holen. Samstag, 14 Uhr auf Sport1.